Es war der große Favorit, der sich in Frankfurt durchsetzte. Weltrekordinhaber Patrick Macau war der schnellste über die 42,195 Kilometer. Der Kenianer schaffte zwar nicht, den zuvor anvisierten Weltrekord zu unterbieten, aber war dennoch glücklich. Die Strecke war super und das Publikum fantastisch. Etwas mehr als zwei Stunden zuvor waren die Afrikaner am Start bei Temperaturen knapp über dem Nullpunkt ganz schön am frieren. Und eigentlich war schon zu diesem Zeitpunkt, sprich vor dem Start, klar, dass es hier und heute keinen neuen Weltrekord geben kann. Aber es ging um den Sieg und immerhin um eine Prämie für den ersten von 30.000 Euro. Patrick Macau war derjenige, den es zu schlagen galt und deshalb auch gleich beim Start in der ersten Reihe. Keinen Meter wollte er verlieren. Es entwickelte sich ein spannendes Rennen, in dem der Top-Favorit lange nicht wie der Sieger ausgesehen hatte. Als die Schnellsten schon lange unterwegs waren, standen die 16.000 Hobbyläufer jetzt am Beginn ihrer 42 Kilometer langen Reise. Einfach nur ankommen, hieß hier das Ziel von vielen. Etwas kürzer, nämlich ein Zehntel, sprich 4,2 Kilometer, war die Strecke des Mainova Mini-Marathons für Schüler. Und auch hier waren Scharen von Zuschauern an der Strecke. Mit dem Startschuss sprinteten die Nachwuchsläufer los. Die Eltern mussten natürlich alles mit dem Handy aufnehmen und die kleinen Geschwister klatschten ordentlich Beifall. Nach etwas mehr als 14 Minuten war der erste der Schüler auch schon in der Festhalle. Gidane Teewolde vom SSC Hanau-Rodenbach. Der Verein, der bei den Kleinen die ersten drei Plätze belegte. Weitere 3.000 Nachwuchsläufer aller Altersklassen sollten folgen. Und jeder für sich, stolz wie Oskar. Und so manch einer hatte sogar noch Kraft für einen Endspurt. Doch dann wurde es langsam aber sicher ernst. Die Handtücher sind bereitgelegt worden. Organisator Jo Schindler schaute nervös zum Eingang der Festhalle. Und die Cheergirls heizten das Publikum ordentlich an. Und dann kam er um die Ecke. Der Sieger Patrick Macau. Ebenfalls großer Jubel nur wenige Minuten nach dem Sieger. Mit Sören K. war nicht nur der schnellste Nicht-Afrikaner, sondern auch der schnellste Hesse im Ziel. Der in Frankfurt Lebende war begeistert von seiner Zeit unter 2 Stunden 14 und von der Atmosphäre in der Festhalle. Ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so ein Glücksgefühl. Ich habe zwar immer das Pech, dass ich immer ein bisschen unter Zeitdruck stehe, wenn ich hier einlaufe, wie letztes Jahr, um noch unter die 2,18 zu kommen. Und diesmal mit der 2,14. Ja, aber das kann man genießen. Trotzdem dann im Nachhinein. Und das ist einfach unglaublich. Es gibt kein schöneres Erlebnis, als hier reinzulaufen. Ebenfalls glücklich war die schnellste Deutsche. Die erst 22-Jährige Lisa Haner. Die Studentin aus Mainz läuft normalerweise 10.000 Meter und hier in Frankfurt ihren ersten Marathon. Doch dass deshalb der Lauf nach 10 Kilometern schwer wurde, war nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Nee, eher andersrum. Nach 12 Kilometern habe ich gedacht, cool. Jetzt nur noch 30 Kilometer. Die Strecke bin ich im Training so oft gelaufen. Da habe ich gedacht, jetzt kenne ich dich aus. Und so habe ich es dann gesehen. Doch nicht nur die Leistungssportler waren glücklich, die Ziellinie zu erreichen. Jeder, der Hobbysportler, egal welche Zeit, war stolz, den Mythos Marathon bezogen zu haben. Wohl dem, der im Ziel einen Kumpel hat, der ihn aufhängt. Oder dem, der noch genügend Kraft hat zum Feiern. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.